Habt ihr euch schon mal gefragt, wer die Nachrichten im Radio macht? Wir haben das Radiozentrum in Leipzig besucht und haben Daniel Bornberg getroffen. Er leitet die Nachrichtenredaktion der RegioCast Sachsen. Dazu gehören Radio PSR, Energy Sachsen und RSA. Also mein Arbeitsalltag, der sieht ganz verschieden aus. Dadurch, dass ich die Redaktion leite, habe ich halt sehr viele verschiedene Aufgaben. Zum einen muss ich mich dann darum kümmern, zum Beispiel so etwas wie Dienstpläne zu machen. Ich muss mich darum kümmern, mit meinen Mitarbeitern Gespräche zu führen, mit meinen Mitarbeitern Airchecks zum Beispiel zu machen. Also das ist so eine Form der Qualitätssicherung im Radio. Das heißt, wenn die so Nachrichtensendungen produzieren, dann höre ich mir die Nachrichtensendungen mit denen zusammen an und sage ihnen, Hey, das klingt gut, das klingt nicht so gut, das Thema hast du gut umgesetzt, das könntest du vielleicht ein bisschen anders schreiben, so eine Meldung. Und so wie du sprichst, mach es mal an der oder der Stelle ein bisschen anders oder eben vielleicht auch, es ist alles richtig toll. Das mache ich zum Beispiel während meiner Arbeit. Ich kümmere mich natürlich auch darum, zum Beispiel Kontakt zu unseren Kunden zu halten, also zu den Sendern, die wir mit Nachrichten beliefern. Da gibt es ja immer Wünsche, manchmal auch Sorgen oder Nöte oder Anregungen. Das ist eine meiner Aufgaben. Auf der anderen Seite mache ich natürlich auch selber Nachrichtenschichten. Das heißt, ich arbeite selber als Nachrichtenredakteur. Also ich schreibe Nachrichten, ich recherchiere Nachrichten, ich führe Interviews, schneide dann auch diese Interviews, um da O-Töne rauszufiltern. Und ich spreche natürlich auch Nachrichten. Das heißt, ich bin tatsächlich auch nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig auch auf den einzelnen Sendern, die wir so mit Nachrichten beliefern, zu hören, mit Nachrichten, die ich spreche. Wie entscheiden Sie, welche Nachricht Sie senden? Da gibt es verschiedene Kriterien, die wir da natürlich anlegen. Es ist so, welches Thema wird zu einer Nachricht? Es geht natürlich um Aktualität. Also irgendwas Neues ist passiert, was in der Form noch nicht da war. Dann ist das natürlich ein Faktor, um eine Nachricht auszuwählen. Es geht darum zu gucken, was hat das für eine Relevanz für die Menschen? Also wie verändert das das Leben der Menschen da draußen, das, was da gerade passiert oder nicht? Das ist auch ein Kriterium, was man ansetzt. Wie außergewöhnlich ist irgendwie eine Geschichte? Ist das eine Geschichte, über die die Menschen reden, weil sie vielleicht das super spannend finden oder sie vielleicht total berührt halt auch? Das ist ein Kriterium, was man anlegt, um eine Nachricht auszuwählen. Ganz verschiedene Sachen. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn man zum Beispiel für einen bestimmten Sender in einer bestimmten Region Nachrichten macht, dass natürlich dann auch eine Nachricht ausgewählt wird, weil es halt eben in der Region passiert und nicht irgendwo anders. Also wichtig ist, es ist was Aktuelles, es ist was Außergewöhnliches. Es berührt die Menschen unter Umständen und verändert möglicherweise ihr Leben. Das sind so Kriterien, die man anlegt, um eine Nachricht auszuwählen. Das sind so Kriterien, die man anlegt, um eine Nachricht auszuwählen.